Auf Wiedersehen. Mehrere feindliche Konterdrohnen in der Luft. Radar eintritt für Vorräte über uns. Achtung! Feindliche Drohne nähert sich. Achtung! Mehrere feindliche Drohnen über uns. Feindlicher Wächter im Einsatzgebiet. Achtung! Feindliche Schäbeladung gesichert. Maschine erledigt! Feind am Boden. Feindliche Drohnen in der Luft. Radar offline. Feindliche Drohnen in der Luft. Radar offline. Feindlicher Dart unterwegs. Feindliche Vorräte über uns. Verbündete Drohne nähert sich. Verbündete Vorräte nähern sich. Achtung! Feindliche Vorräte von oben. Feindlicher Hellstorm unterwegs. Verbündete Konterdrohnen nähert sich. Abgeschossen. Erledigt! Achtung! Feindliche Vorräte von oben. Ausgeschossen. Achtung! Feindliche Konterdrohnen ist an sich. Feindliche Vorräte über uns. Achtung! Feindliche KR-Einheit im Operationsgebiet. Feindliche Hellstorm über uns. Feindliche Konterdrohnen in der Luft. Radar offline. Achtung! Feindliche Vorräte von oben. Feindliche Drohnen nähert sich. Achtung! Feindliche Schwebeladung gesichtet. Mehrere feindliche Schwebeladungen im Operationsgebiet. ho给我 zu kümelde. Feindliche Maschine. Feindliche instructet lunge- Plan der Luft. Auf. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Vorräte über uns. Rekord der Drohne zerstört. Fokus leer. Ruin ist weg. Talon erwartet Befehle. Rapp bleibt Schiff bereit für Befehle. Gehe in Abwurfposition. Rapps gestartet. Ihr enttäuscht das Abkommen. Kämpft härter. Achtung. Feindliches Verwerten. Pff. Das ist geschnallt. Letztes Rapps eingesetzt. Pff. Bedrohung neutralisiert. Drohne näher zieht. Verbündete Vorräte nähern sich. Fokus bereit. Ohne näher zieht. Verbündeter Wächter eingesetzt. Ein Sieg ist nicht mehr drin. Blackups, Rückkehr zur Basis. Die 54 E verlieren nicht. Wahrscheinlichkeit W des erfolgreichen Ausgangs EA nähert sich 0. Machines bis dahin. Ich habe nur die Verschmallow. Die Ausgangs-Empfeste versucht auf den Flussbaden zu verteilen. Was ist der erste, Kugel? Das hier ist der zweite Ausgangs-Empfeste. Die Ausgangs-Empfeste. Untertitelung des ZDF, 2020